Sollen wir jetzt oder sollen wir nicht? Ja, ja mach! Okay, dann sind wir wieder zurück bei Arm de Giode, heute mal wieder bei Rocket League mit dabei sind im Pussy Wagon Style einmal der Louis und einmal die Emily, ein Neuzugang. Hoi! 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 Die Ansage ist echter Hammer. Okay, egal, wir sind natürlich, Louis und ich, wir haben so unseren Fetisch, wir sind meistens scheiße. Emily habe ich gerade eben mal gesehen, die hat tatsächlich getroffen, obwohl es eigentlich unter uns steht. Jetzt ändert sie doch die Farbe, ich habe es genau gewusst. Ja, Rocket League hat lange nicht mehr gespielt oder gezeigt, er hat gesagt, gespielt habe ich schon, wie ein Blöder. Naja, eigentlich habe ich nur mit Louis gesuchtet, sonst war ja nie einer da. Muss jetzt doch wieder Klimaanlage anmachen. Boah, aber gerade noch. Hä, was machen die? Der SAFKA! LOL! Nicht mehr! Schade! Ich weiß nicht, soll die aber... Sorry. Boah. Ja, die Emily und ich, wir sind ein bisschen krank. Anscheinend. Waaah! Hat er nicht gesagt. Den kriege ich. Den habe ich gerade nicht geschossen. Den habe ich gerade nicht geschossen. Hä, wieso? Krankheit ist doch nichts Schlimmes. Aus meiner Perspektive betrachtet war das ein sehr schlechter Schuss. Ach, komm mal ins Maul. Geh kacken, Alter. Geh nach Hause. Schande ist die YouTube-Monetarisierung wieder für den Arsch. Okay. Es war alles schlecht in der Aufnahme. Ja, das ist das Geile, weißt du. Wenn du nicht auf Geld aus bist, dann kannst du auch sowas wie Arsch, Titten, Ficken und so weiter sagen. Weil das interessiert dann bei YouTube nicht mehr. Geld kriegst du eh keins mehr. Scheiße. Bei deiner Abonnenten-Anzeige kriegt man kein Geld. Doch, klar kriege ich Geld. Ja. Hä, natürlich. Erst diesen Monat habe ich mir wieder auszahlen lassen 70 Euro. Was? Ja, klar. Was denkst du denn? 500 oder 600 Abonnenten. Hä? Wer hat denn dir gesagt, dass ich so wenig habe? Ich habe noch nie auf deine Abonnenten gezahlt. Kannst du auch nicht. Die sind ausgeblendet. Was? Was? Hey, lass doch. Und bevor du fragst, fast niemand weiß wie viel ich habe. Deswegen sage ich es auch gerne. Oh! Baganda-Style. Sorry. Mach nix. Mach nix. Jeder fragt mal. Frag mal Luis. Der kennt sich da aus. Der ist Experte. Ja. Aber auch bei den unmöglichen Touren, die ich dann nutze, da kenne ich mich auch gut aus. Aber auch nur ganz selten. Egal. Pussy Power wird gewinnen. Mal gucken, ob ich den krieg. Das ist wirklich jemand mit Pussy Power, aber egal. Äh, doch. Natürlich. Echt? Einmal. War ich auch nicht dabei. Ah! Das ist das Rätselslöse. Ich hoffe, den Boost wollte gerade keiner. Sehr gut, wie gerade B-Boostet. Der kann man B tun? Loll. Ja, schon. Wer dann direkt einen blauen Fake, ne? Ja. Alle von mir. Alter. Weil wir uns doch schon mal getroffen haben. Mann! Hammerna Zicky! Jetzt fängst du wieder an. Ich werd wieder sauer. Wer knapscht da gerade so irgendwie los? Alles klar. Zweiter Moniker hier geht's? Ja, ja. Ich weiß, wie es ist. Ich seh's ja. 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 Der Lappen des Tages ist mal wieder. Danke. Der ist stakastisch. Das war Gott. Der will. Was? Dankeschön. Tja, an alle, die gerade zugucken und auch Noah kennen von früheren Zeiten. Ich glaube, die Emily ist genauso gesprächig. Ich bin gesprächig, aber... Konzentrierst dich gerade, ne? Das wird der Unterschied sein zwischen uns. Aber trotzdem bin ich scheiße. Meiner Gacken! Ich weiß nicht, dass jemand von euch lebt. Hast du dir so gedacht, du Lappen? oh shit ich hab angst ich hab angst ich geb gas aber ich verkacke ja na gut einen doppelschuss kann man schlecht aufhalten also als einzelner und dann noch ein kwiefer dieser scheiß minecraft basta soll ich daran ich glaube jetzt ab ich bringe rüber warum springt er was ist hier los okay hat noch so erwicht haben schon zwei tore noch pussy power vor noch ein tor so jetzt aber jetzt aber kommt schon kommt schon knapp muss auch nicht jetzt würde ich was sagen dann hast du mir scheinliche tastatur ouch hi bock der wichser ach so und für jeden der jetzt gerade irgendwie verwirrt ist weil ich die ganze zeit max sagen wobei es eigentlich der louis ist der louis heißt max im game gern an warum ach so ja marco hi auch schon wieder kein boost wie immer hab nix gesagt hab ich total verpeilt gerade das tor mal gucken mal gucken ja 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 knapp krasser scheiß wo bist du es ja wahrscheinlich ach komm geh kacken ja wo ist er rankt? ganz gut so mach weiter so wer da steht da? fahr mal nach links ich war immer nach links was? ja schade ich war immer so ich hab jetzt noch ein tor hä? ok ja wegen dem Schmelzdauch wow ähm mexian ich weiß die kriegst du sonst nie aber uah lol das war es noch nie geschafft haha äh mexian ähm ich wollte mal kurz besteigen aber jetzt habe ich noch mal bestehen steh auf dich max ich versuche es einfach mal in verkacken jetzt erste runde das heißt ja ggwp legt mir morscht so aber in die lobby kann ich gar nicht jetzt los ja komm lass unsere porno karen rausholen das liegt einfach nur im auto wir sind gar nicht so scheiße ich hoffe der neue pinguin auf dem dach bringt mir glück hey sie hat die gleichen vögel wie ich die flügel auf dem dach zu mir passt es halt in der regel obwohl ich habe jetzt auch ein vogel auf dem dach ist halt ein anderer ist er jetzt ready ja nein vielleicht wieder angeholzt ja dann sagt doch was ihr seid so still was die ist nur schüchtern ich bleib lieber mal hinten hier ran Sascha hab ich hab ich scheiße oh shit ok hi hallo ähm yo ok hi halt doch dein maul wie geht denn dieser spitze for god zeng ich glaube ich kann jetzt gar nicht mehr rückwärts fahren brauche ich auch nicht ja wer spielt denn auch rückwärts oh max das war sehr intelligent wenn man eigentlich fahren müsste aber dann trotzdem ein boost holt ja so macht man das ja ach zu spielst du erst da drei stunden haben wir drei shit 350 stunden kommt mir nicht so vor ja hab ich auch nicht da nur 40 stunden gespielt ich hab ja auch 300 stunden lang getragen oh mein gott ja ich hab jetzt hier 1 ich bin trotz komplett emily defendet ich spiel aus SOTO! Nein! Dieser Enthusiasmus! Ja, machst du? Ja, alles klar. Ich mach aber auch die schönsten Dinger mit meinem Arsch. Oh! Ernsthaft jetzt? Okay! Wir gewonnen, es wird zerronnen. Schnell klar! Tja, she happens! Oh, guck mal, noch mal! Warte mal, eine Schuschgröte hier! Oh, shit! Der gefällt mir nicht! Der ist schon besser! Komm, spielen rüber! Oh, ja, ja! Dann mach halt alleine! Immer diese scheiß Egoisten! Ja, du machst das wie so ein schreckhaftes Tier. Du stellst dich erstmal tot oder verkrippelt. Und wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann stehst du auf und machst ein Tor. Jaja, ich muss leider nicht reinlutzen, sonst hätte ich ihn nicht mehr bekommen. Oh, shit! Das wird haarig! Ich bin drin! Ich bin drin! Ich weiß nicht, ob es... Nee, eher nicht so. Gibt besseres, ne? Naja, weiß ich nicht! Vielleicht hat's ganz geil mit... Naja, also... Keine Ahnung! Ah, scheiße! Entschuldigung! Ich bin drin! Alles gut! One moment in time! Alter, ich werde nur ungerafft! Ja, du bist halt so eine... So eine Promo-Hure. Jeder soll immer ran! Wann das? Nee, Promo-Hure! Naja... Oh, shit! Oh! Ich habe Angst! Okay! Alter! Alter! Ich sag dir, ne? Die Emily, die... Die ist... Weiß auch nicht! Wieso Magnet, ey? Wir hängen immer zusammen! Oh! Weg damit! Der war klassisch, Alter! Luis! Wie hast du den nur... Direkt auf die Schnauze! Ey, ich hab den schön weggefallen! Entschuldigung! Ja, der war ein Triple-A, Alter! Gute Sache! Ja, gut! Marco! Wir sind gerade in einer Aufnahme! Aber das Publikum kann sich ja schon mal bedanken für den Rülpster! Können dann in die Kommentare schreiben! Dann habt ihr das einfach geschickt, bevor ihr da... Ja, wenn's euch gefallen hat, schreibt's in die Kommentare! Dann gibt's in Zukunft mehr! Naja, ich nehm das dann auf! Mache ich ein Remax draus! Best of, oder? Ja, mit Album! Ja, mit Album! Ja, klar! Damit werd ich reich! Geschäftslücke! Ja, klar! Das war krass! Danke! Meiner, 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 meiner! Weg! Komm jetzt! Äh, ich hab' keinen Boost! Und so hoch komm' ich nicht mehr! Nein! Ich hab' mal gesehen! Wie auch sonst! Was? 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 Immerhin hat's funktioniert! Was? Was? Was der passt, Alter! Er raffnet sich in die Gegend! Was der Exklusiv! Also, Jakob Spiegel! Entschuldigung! Entschuldigung! Alles gut! Ja, manchmal muss man sich halt Opfern für's Team, ne? Alter, voll! Nope! Oh! Ich schwör' gar gar kein Doppel! Ups! Oh, shit happens! Shit happens! Shit happens! Er hat sich selber ausgespielt! Geil! Manchmal ist das Glück auf unserer Seite! Jetzt bitte, bitte, bitte! Was? Ups! 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 Geht's auch ohne Strahlung? Immer diese Kante, Alter! Ich bleib' mal ein bisschen weiter hinten, ne? Falls der Dicke kommt! Der Dicke, der Dicke, der Dicke! So, jetzt kommt hier bitte! Oh mein Gott, was ist denn los? Ah! Hat ihn halt fast noch reingemacht! Kampfschrei on the way! Was hat das denn für ein Schrei, Alter? Bitte? Ich komm wieder nicht rein! Alter! Jedes Mal, wenn der Ball vor's Tor geht, ne? Kommt so eine riesen Horde von der Seite! Oh, jetzt, 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 jetzt! Mainz! Oder Karlsruhe! Oh, lord! Nein! Hättest du aber gerne! Ich geh mir mal einen Boost holen! Ich geh mir keinen Boost holen! Oder irgendwer! Nochmal, bitte! Ich hab keinen Boost! Ich bin leer! Ich bin komplett leere Sau! Aber den krieg ich! Nein! Wer hat mich jetzt ge- Max? Nein! Jetzt, 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 jetzt! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das war kein Problem! Was? Ich... Ich... Das ist einfach... Elk! Ich krieg ne hereingabe, und dann werde ich einfach gefistet! Waffe ich! Du, bitte! Aber das wäre eine Schülke, Freunde! Wein! Okay, voller Notstart! Ja, sorry, dass du... Dass ich dich nicht gelassen hab! Nein! Nein! Max, Max, Max! Der Gegner hat sich safe! Alles gut! War alles geplant! Ich hab seinen... Sein Fallwinkl berechnet! Ich hab' ich das ge- Weiß noch nicht mal, wie man Co-Sinnos 4 berechnet! Wenn du... Du hast ja heute Morgen noch gesagt, das wäre wohl ein festgeschmähler Wert! Ja, jetzt aber ruhig! Hä? Alles klar! Ja! Ja, wohl, der Co-Sinnos 4, der kann variieren, glaube ich! Ja, aber... Ja, geh doch mal weg da jetzt! Schlechti! Oh, shit! Das ist ein ziemlich intenses Game hier gerade, oder? Das war wieder so ein richtiges Arsch-Törtchen-Tor! Schön! Wie ist der Patrick? Ja, Patrick! Oh, wie süß! Direkt alle raus! Keiner hat mehr Bock! Das macht ja immer der Wichser, ne? Verpiss dich mit der scheiß Raketenspur, du! Mongo! Das ist doch schlimmer mit der Raketenspur, die noch komplett ausrüsten werden, damit ergeben auch so, wie es direkt steht! Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch! Und dann mache ich die Aufnahme erstmal wieder Pause! Das müssen wir mal regelmäßig machen hier! Ich hoffe, auch die Aufnahme ist was geworden, weil so ein Zweitmonitor sieht es flüssig aus! Aber wenn ich danach gucke, ist es meistens ein Haken an der Sache! Ich hasse einfach OBS! Ja, das macht ja! Ja, normalerweise nehme ich mit meinem Grafikkartendreiber auf, aber die haben da richtig... Ich bin mit Drecksspuhl auf den Dreckslanggraben! Bitte, was? Alles klar! Du hast Probleme! Hätte ich mal nicht solche Probleme! Hätt' der andere! Alter, der Pornobus! Shit! Sorry! Habe ich den denn nicht mal getragen? Was? Pornobus? Nein! Der Pornobus! Der Pornobus! Der Pornobus! Ja, ja! Pornobus! Ne! Noch nicht! Thomas Sascha ist eine... Das EU-Camport von 39 Grad in Ordnung! Äh, Quatsch, schnell! Feststrahl-Camport von 39 Grad! Für diese EU-Camport! Ja, 39 Grad! Warum soll das nicht in Ordnung sein? Ich weiß! Ja, 1-0! Ganz easy! Schon wieder nicht! Ich hör's nicht, hallo! Was denn? Schuss! Schulden gemacht! Das tut doch wieder weh! Wird ja alles nicht geschätzt! Nö! Er hat auch geschätzt ja schon, ne? Ah, nein! Dann kommt das rein! Aua! Und dann kommt jeder und sagt, nein! Den krieg ich nicht! Ja! Ach, als Mord! No! Okay! Schön, dass ich... Aber wieder mit Beispiele! Diesmal auch wirklich im Breitwirt eine Aufnahme! Wir hängen einfach immer zusammen rum! Dann guck's dir an! Guck's dir an! Guck's dir an! Guck's dir an! Ist das nicht schön! Den hab ich nicht gehört! Leute! Mir fällt jetzt erst gerade auf, dass im Publikum Bälle sitzen! Muss das so sein! Hey! Alter! Legt mich doch nicht so ab! Hahahaha! Alter! Ich guck mir die Bälle da an, ey! Mein Gott! Oh shit! Ja! Wahrscheinlich macht er so ein... Nein! Gott! Ja! OMG! Deine Mutter! Oh mein Gott, ey! Kann ich auch noch... Hier! So! Kann ich auch noch dreimal! Habe ich? Habe ich? Habe ich? Habe ich? Habe ich? Habe ich? Ich aber auch! Nein! Komm! Ich bin doch besser als du! Weißt du doch! Ich hab'n Ball gespielt! Ach! Komm, ey! Jedes Mal! Du bist immer so hart! Das ist halt wirklich so... Du beleidigst! Und zumal du war echt so hart! Oder fuck uns! Der fliegt halt immer so hart ab! Dass wir so abgefuckt sind! Und so getiltet sind! Dass wir alles rasieren! Kannst du rüberspielen? Ja! Nein! Ich hab'n Wichser ab mich weg! Ich werd' nur rumgerabt! Hilfe! Sag'ja! Der steht auf dich! Ja, okay! Wir haben gerade noch mal Gleichstand! Oh mein Gott! Wie die ausrasten, Alter! Gibt's nicht, Alter! Gibt's nicht, Alter! Gibt's nicht, Alter! Mann! Das? Last but not least. Oh. Schade. Kinn hast du echt. Scheiße. Mh, beim Arsch halt. Wie immer. Im Arsch. Viel Spaß beim rausziehen. Nein, ich... Ich hab ja nicht den Ball frei. Ja, und ich hab den Ball im Arsch. Warte, ich zieh ihn mal raus. So. Kann weitergehen. Les Noobs? Was? Wie ver... Hallo? Nö, also jetzt ist vorbei. Warte, die Leute. Scheiße. Wir jetzt nicht in der Aufnahme. Komm hier! Sacrebleu! Komm! Hab ich dich gerade noch verziehen und gesagt, dass ich heute nicht mehr ausraste? Ja. Ich leg mich einfach mal ein paar aufs Dach. Aha! Le kack nu! Shit. Ja gut, immerhin. Das kann man... Ja, bitte was? Das kann man nochmal... Bitte was? Also... Kannst du das nochmal wiederholen? Servus! Boah, für die Gegner... Ja, wenn man so abwehrt... Entschuldigung. Ne, eigentlich hab ich mich damit selber gemeint. Was war das? Ich hab keine Ahnung. Manchmal ist es mal eine rechte Maustaste, die hat irgendwie... Manchmal ihr eigenes... Vermögen. Alter, kannst du mal Deutsch hier? Wir sind keine Franz Korpelle. Kann jemand Französisch hier? Sycopulation korpelle. Oh, Emily wird sauer. Wusste ich gar nicht, dass sie das jetzt kann. Wer hat es richtig zu sein? Aber rechts, wenn sie sich die Tasten hauen, Alter. Nach vorn! Ja, wenn du nochmal aufgehst... Max fliegt einfach schon pro Vormeins Tor. Ich hab nicht mal das Tor getroffen. Ja. Nein, nein, nein! Ich hab's einfach... Was?! Spieler machen nicht Akko, Spieler machen nicht Akko. Ja, doch mal. Ja, ja, ja. War klar. Aha! Hab mich weggebescht. Was? Was? Ich bin Batman. Ich bin Batman. Der könnte gut kommen. Kann jemand, kann jemand? Ja. Ja. Ach. Ach. Peter Merz. Ja gut, gewinnen können wir eh nicht mehr. Nein! Wir haben halt noch ein Eigentor. Just for the win. Gut. Ich hab jetzt nicht mitgezählt. Was haben wir? Eins gewonnen, zwei verloren, oder? Kiste Geschwindigkeit. Wir haben alle zwei verloren. Oder haben wir drei Games gespielt? Nein, wir haben drei Games gespielt und eins haben wir gewonnen. Da bin ich mir sicher. Gut. Das war's dann von der Aufnahme. Vielen Dank an Emily, Louis, wo ich über Namen vergesse, und Marco für die Röbster. Background Sound. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!